Dutze, ich habe dir geholfen, mehr als 50 Menschen zu töten. Der Modus eiskalter Killer wurde deaktiviert. Ab sofort ist nur noch kätzchenliebender Pazifist verfügbar. Vielen Dank. Aber warum denn blockiert? Häufig gestellte Frage Nummer 23. Warum kann ich nicht mehr als 50 Menschen töten? Antwort, was stimmt nicht mit dir? Du gehörst in die Klapse, du Psycho. Achtung, Antwort später unbedingt umformulieren.